Diktate aus dem deutschen Schrifttum Brüder Grimm, Muttergottesgläschen Es hatte einmal ein Fuhrmann seinen Karren, der mit Wein schwer beladen war, festgefahren, so dass er ihn trotz aller Mühe nicht wieder losbringen konnte. Nun kam gerade die Muttergottes des Weges daher, und als sie die Not des armen Mannes sah, sprach sie zu ihm, Ich bin müd und durstig, gib mir ein Glas Wein, und ich will dir deinen Wagen freimachen. Gerne, antwortete der Fuhrmann, aber ich habe kein Glas, worin ich dir den Wein geben könnte. Da brach die Muttergottes ein weißes Blümchen mit roten Streifen ab, das Feldwinde heißt und einem Glase sehr ähnlich sieht, Und reichte es dem Fuhrmann. Er füllte es mit Wein, und die Muttergottes trank ihn, Und in dem Augenblick ward der Wagen frei, und der Fuhrmann konnte weiterfahren. Das Blümchen heißt noch immer Muttergottesgläschen. Das Blümchen heißt noch immer Gott, dass die Muttergottes trank ihn,